Aus rechtlichen Gründen müssen wir an dieser Stelle einen kleinen Disclaimer machen. Die folgenden 15 Sekunden sind ein Ausschnitt aus der Erwachsenenplattform Pornhub. Wir möchten alle, die noch nicht 18 sind, jetzt abgeschalten. Alle. Du, äh, dorthin, wir sehen dich. Achtung. Ey, Bro, oh, Mann, oh, Mann, das sind Quotenmänner. Das war ein Ausschnitt aus einem der meistgeschauten Videos der letzten Woche auf Pornhub und YouPorn, so wie ich gelesen habe. Da hat tatsächlich ein Spassvogel das 8 zu 2 vom FC Bayern gegen Barcelona hochgeladen mit dem Vermerk «Hardcore». Das ist es wirklich gewesen, wo man sagt, es ist ja nicht das erste Mal, wo so ein Spass passiert, das ist schon mehrfach vorkommen. Zum Beispiel damals, als Boris Johnson die Wahl gewonnen hat in Grossbritannien, hat auch einer seine Speech mit dem Vermerk «Blond dump, fucks whole country». Ich finde es tatsächlich wahnsinnig lustig. Das ist mega lustig. Aber es gibt wahrscheinlich immer einen, der es ernst nimmt und das wirklich aussieht. So hellen Anlass noch schauen. Ach Gott, bitte nicht. Es gibt für alles einen Fetisch. Ja, das stimmt. Und ihr seid auch ganz grusig. Ihr hört jede Woche unseren Podcast. Das ist wirklich noch schlimmer, als wenn man Binge-Watching macht auf Pornhub. Wir haben aber wieder schöne Sachen vorbereitet. Wir reden über die Zuverlässigkeit des BAG, über Oktoberfester, ausserhalb von München, über Schutzmassnahmen im Eishockey und neue Wörter im Duden. Wir, das sind Aaron Herz, Michael Schweitzer, ich bin Stefan Büsser, ihr kennt uns von «Glanz und Gloria». Eben nicht. Also nicht, ja. Eben nicht, gell? Es ist nichts passiert. Wir sind im «Glanz und Gloria» gekommen, muss man vielleicht sagen. Und die Reaktion aus meinem engen Umfeld? Null. Nix? Niemand. Niemand? Nein. Bei dir, Aaron? Mal. Bei mir. Meine Mutter hat sich gemeldet. Wirklich? Ja. Also, sie hat es mir direkt gesagt. Jetzt hat sie gerade im «Glanz und Gloria» gesehen. Hast du gut ausgesehen? Ja, und das, was ich gesagt habe, das interessiert doch niemand. Ja? Ist wie der Podcast. Ja. Aber es ist auch exakt das Feedback, das ich habe, wie es von meiner Grossmutter auf der Dunstagsjahrs bekommen. Ich muss immer am Freitagmorgen ihren Anrufen und Sendekritik hier holen. Und dann sagt sie, ich habe den Bart nicht gut gefunden. Und das ist dann so das Gespräch. Das verwundert mich jetzt beim Dunstagsjahrs. Nein. Nein. Also, weisst du, die Inhalte sind wichtig. Das ist essentiell für die News, was dort passiert. Was ist in eurem Leben diese Woche, Schweizer? Bei mir ist es jetzt definitiv passiert. Ich habe das erste Mal in meinem Leben aus dem Restaurant gelaufen und habe vergessen, zu zahlen. Ui. Und in der gleichen Woche bin ich in der Tankstelle losgefahren, ohne zu zahlen. Beim Restaurant habe ich gemerkt, bin ich sofort zurück, habe es erledigt. Bei der Tankstelle kommt dann irgendwann ein Telefon und dann schickt es dir ein Foto von dir, wie du an der Säule stehst. Ja, und nachher wegfährst du. Ja, und nachher wegfährst du. Ja, ich habe es wohl nicht bekommen. Ich bin rein gegangen, habe ich noch etwas zu trinken gekauft und bin dann zurück zum Auto. Du hast aber vergessen zu sagen, Säule neis. Ich bin überzogen, er hat mich gefragt, haben sie gedankt und ich habe gesagt, ja. Da gehört die Polizei noch viel so überzügt. Ja, ja. Aber weisst du, ob jetzt da irgendwie 7 Franken auf der Kreditkarte drauf sind oder 70, das macht für mich keinen Unterschied. Spiele keine Frage. Spiesen fürs SRF, egal. Natürlich, natürlich. Das mit dem Restaurantenzoll erinnert mich an eine schöne Geschichte aus meiner Kindheit. Wir sind aber seit Flumserberg in die Ferien gegangen. Jawohl. Und dann so in der Hochsaison… Das ist trotzdem eine schöne Erinnerung. Das ist eine schöne Erinnerung. Hey, ist gar nicht so schlecht dort. Und dann haben wir zu Mittag gegessen, ganze Family, vier Leute. Mami und Papi haben, glaube ich, noch ein bisschen Schümel-Pflümel gehabt. Vielleicht auch einen zu filmen, aber man weiss es nicht. Auf jeden Fall sind wir dann auch einfach gegangen und sind dann am Skidift angestanden. So in der Mitte, es ist Hochsaison gewesen, von gefühlt etwa 200 Leuten, wo plötzlich der Beizer mit dem Schneetöff herunterfährt und der Serviettochter hinten drauf und wirklich durch alle Leute durchschreibt, wer hat den Tisch 15 gezahlt? Meine Mutter fragt den Papi und sagt, du, haben wir gezahlt? Und der Papi, oh scheisse, ich glaube, wir haben nicht gezahlt. Und dann haben sie sich natürlich gemeldet, weil ja, meine Serviettochter hätte uns ja noch gekannt, oder? Und dann sofort, ah nein, Entschuldigung Sie mir. Dann unterschließt den Leuten wieder. Ich wüsste, wie es ist, wenn man am Anstalt am Skidift dort wieder rauskommt, ist es recht unangenehm, oder? Auch aus dem Anlass. Auch aus dem Anlass, sehr abgenehmend. Sehr schön. Und der Papi war so hochgeradig peinlich, ich glaube, er hätte Serviettochter 50 Stunden drin gegeben, weil es mir einfach wirklich so nicht recht war. Vater, bist du nach zwölf Schäumchen, die Flümmchen vergessen, mit Rechnung zu sagen? Hey, schau, wir können los! Und dort haben sie auch gemerkt, dass Gino bei den Beizen wäre. Ungefähr so. Ja, aber ich kenne das, was mir auch schon passiert ist, ich bin schon in einer Beize gehockt, am Nachmittag heisst es getrunken, laufe nach vorne an der Beize hin vorbei und sage noch, wünsche einen schönen Tag, Adi. Und sie sagt, ja, Ihnen auch, Adi. Und dann stehe ich im Haus und merke so, ah, ich habe gar nicht bezahlt, gut. Kehren wir nochmal oben. Ich habe das Problem, mir zahlt man ja normalerweise das Essen, wenn ich im Restaurant bin. Ich muss das ja nicht mehr selber machen, ich habe ja Leute, die das für mich machen. Du hättest einfach kopieren, oder? Du hättest einfach gekauft, ich habe ja nicht bezahlt das schon. Wenn der Beize das kann, dann kriege ich das auch, aber es hat nicht funktioniert. Für dich, die jetzt nicht rauskommen, das ist eine kleine Geschichte aus der letzten Folge, damit das Quare-Teasing auch noch gemacht ist, das könnt ihr euch auch nochmal anhören, wenn ihr Zeit und Lust habt. In der Schweiz hatte er zu viel Zeit. Was hast du im Fernsehen geschaut letzte Woche? Ein Jubiläumskonzert. Was ist los? Wissen Sie ja. Wir wissen, leider wissen wir. Es gab ein Jubiläumskonzert im Schweizer Farbfernsehen, es kam 20 Jahre Göhle. Und es war einfach nochmal schön. Der Mann, der hat einfach Lieder geschrieben, die einfach unter die Haut gehen, die Hühnerhaut machen, er hatte eine grossartige Band dabei und die Stimmung dort in dem Hallastadion, er hat zurecht dreimal hintereinander mit dem Konzert das Hallastadion ausverkauft. Er soll mal irgendwie so ein 076-Kontas vormachen oder respektiv nachmachen. Hör auf, keine Chancen. Falls ihr das Konzert demnächst auf YouPorn findet, wir wissen, wer es hochgelangt hat. Ich liebe ihn, ich stehe ihm zu. Was willst du noch von deiner Woche erzählen, Arno? Ja, Arno, genau. Ich werde immer wieder mal Arno genannt. Ist ja jetzt nicht so komisch. Arno, Arno kann ja passieren. Aber diese Woche ist es wieder mal passiert. Per Mail hat mich jemand Arno genannt. Dann habe ich darauf hingewiesen, er heisst übrigens Arno. Das nächste Mail, der kam, heisst wieder Arno. Okay. Weisst du, was passiert? Das hat die ganze Zeit. Am Arno del Gourto. Das ist doch Wahnsinn. Und das seit Geburt. Das ist eine Katastrophe, dass die Leute den Namen Arno sich nicht merken können. Ja, aber es hat mal eine ganz grössere Historik gegeben. Ich war im Fussballtraining, ich war Junior und bin gleich zum EIS gekommen. In die Vierteliga, notabene. Ho, ho, ho. Du hast mal Vierteliga gespielt? Ja. Hey, beeindruckend. Und dann gehen da mal die Lokaljournalisten rum und gehen bei allen Mannschaften so ein kurzes Porträt machen mit einem Fotos. Und dann nehmen sie unter den Fotos von den Spielern. Und ich habe dann ganz stolz am nächsten Tag die Zeitung aufgeschlagen und habe mich gesucht auf dem Fotos. Und darunter steht der Name Arno Merz. Mein Fussballtrainer hat mich Arno Merz genannt. Der hat dich nur ein bisschen hasse gemacht, damit du mehr Säckle bist. Ja, aus dem Arno Merz ist leider nichts geworden. Er hat keine grosse Karriere herangelegt. Der Aron Herz auch nicht. Nein. Aber er ist jetzt in meinem Podcast. Nein, aber den hat auch niemand gekannt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe diese Woche einmal mehr gemerkt, dass ich ein Kulturbanause bin. Wir haben letzte Sendung vom Dunstigjass gehabt. Wir sind jetzt sieben Wochen in Baden. So schlimm ist diese Sendung jetzt auch wieder. Wir sind sieben Wochen im Ballenberg gewesen und haben dementsprechend, wie das in einem Jahr ein bisschen spart aufhört, die Sendung auch eine Übernachtung gehabt, jeweils in Brienz. Und für das, dass wir nach sieben Wochen dort waren, haben dann die Hottebs jetzt gesagt, es wird euch jetzt etwas zu teilen, das dürfen nicht alle. Wir machen den Weichaller auf für euch. Und die hatten wirklich einen wunderschönen Weichaller, haben das megaherzig hergerichtet, so mit Kerzenski und Blättchen und so. Also wirklich vom Feinsten. Und alle haben sich dann so gefreut, wie der eine wirklich gute Flasche Wein aufgemacht hat. Und ich bin so dort gesessen. Und dann kommt der peinliche Moment, wo du musst sagen, ich nehme den Stangen. Ja. Weil ich trinke kein Wein. Also ich trinke schon Wein, aber wirklich extrem selten. Ich bin jetzt nicht so Wein kennen und Wein lieb. Aber ich bin mit einem Bier einfach schon total happy. Und da habe ich so gemerkt, wie das so leicht komisch war, wenn du wirklich der Einzige bist, der dann erstens keine Ahnung hat und auch noch dazu steht. Viele haben ja auch keine Ahnung, aber sie stehen nicht dazu, wenn es um Wein geht. Und mir ist das immer wieder peinlich, dass ich wirklich keine Ahnung von Wein habe und es irgendwie auch nicht so gerne habe. Mal, gerne habe ich es. Aber daraus kommt auch nicht wirklich. In der Regel kann ich mich manchmal an gewisse Etiketten erinnern, wo ich weiss, ah, mal, den habe ich gerne gehabt. Ja, also der fabelhaft ist so einer gewesen zum Beispiel. Selbst ich gewusst habe, der ist gut, da kann ich mir auch Etiketten merken. Ja, das ist so. Es funktioniert ein bisschen nach dem Prinzip. Und bei mir ist es im Freundeskreis dann noch ein Problem, weil meine beste Freundin ist Geheiratet mit dem Besitzer von der Online-Weinversand. Und der kennt sich natürlich super gut aus. Er hat die beste Weisse im Sortiment, oder? Und ich bin dann zu denen, um die Nacht eingeladen, und überlege so, die Felle 3.50 Franken, das ist echt okay, was ich jetzt noch an der Tankstelle finde. Du bringst eine Flasche Cola Zero, oder? Ja, aber es wäre bei mir wirklich gescheit. Ich meine, er ist total entspannt, der Domi. Aber trotzdem, es ist, ja, es ist mir auch ein bisschen peinlich. Ich habe wirklich keine Ahnung von ihm. Und auch noch nie etwas bestellt von ihm. Ja, aber dann bringst du einfach gerade im Tetra-Pack oder so. Oder gerade so eine Sangria für 3 Franken und so eine 2-Liter-Budel. Wobei, die Weikenner-Typen, die sind ja meistens, es sind ja eigentlich immer Typen, muss man sagen, es sind ja immer so ein bisschen ein Ticket drüber, oder? Ja. Sie haben immer so ein Ticket zu viel Ahnung, oder? Ja, die Weichharte zu mir, oder? Ah, der Chateauneuf de Pappe, ja, ist das die Nacht der 90er, oder was ist das? Alter, komm, er ist rot, er ist weiss, er ist rosa. Die Unterscheidung muss eigentlich nach Farbe, muss eigentlich langen, oder? Und dann, ah, 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 ja, ganz, ganzes Rund, Bucke. Immer so, und sie reissen dann immer so die Weibstellung an sich. Und, ah, wie findet ihr ihn jetzt? Als wären sie da oben gewesen, im Rettberg oben, und hätten persönlich mit Rauben geschnitten. Was denken wir, Jungs, wirklich? Ja. Ja, sich als Experten aufspielen, wenn man es nicht ist. Wir sind beim Thema BAG. Am Freitag hat das BAG erklärt, dass ein 30-Jähriger ohne Vorerkrankungen nach Corona gestorben ist. Ein Irrtum in einer mittlerweile ziemlich langen Reihe von Informationspannen vom BAG, wo man sich auch schon ein bisschen fragt, wie hätte das passieren können. Also, offenbar hat ein Arzt ein Formular falsch ausgefüllt. Der Betroffene selber, der hätte nämlich nicht mal schwere Symptome. Es hätte einfach niemals die Schrift des Arztes lesen können. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, gut, aber Büssi, das kennst du. Bei dir sagt man seit 20 Jahren, dass du jetzt dann gerade stirbst, oder? Nein? Ja, das stimmt, ja. Wobei, das Einzige, was wirklich komplett tot ist, ist meine Karriere, seit ich mich hier in diesem Podcast mache. Hey! Das ist wirklich das Einzige, was mir tot ist. Wobei, vielleicht sind wir ja schon tot, oder? Einfach, das BAG hat es uns noch nicht gesagt. Ja. Wir waren ja von der Matrix, wir sind ja vom BAG. Ja. Das fragen wir mal nach, oder? Ich würde es gerne wissen. Tot, nicht tot, ja, manchmal auch so ein bisschen schwierig zu sagen, oder? Also, ich meine, bei Polo Hofer war es bis zum Schluss nicht ganz klar, was ist. Es war wie so ein Schwebezustand, den man nie genau gewusst hat. Das gibt es, oder? Ja, vor allem, was ist das für eine Vorbildfunktion, oder? Also, dürfen die Schüler dann jetzt auch ihre Prüfungen machen, wie das BAG? Man schreibt einmal ein Resultat an und kann es nachher dementieren. Stell dir mal vor. Ich würde das jetzt korrigieren. Ich hätte jetzt heute die Erkenntnis, das ist eine andere Antwort. Heute wüsste ich es. Ja, ja. Sicher. Das BAG macht jetzt vielleicht einfach mit Falschmeldungen so lange weiter, oder? Bis sie es Vertrauen haben für den Verschwörungstheoretik. So weisst du? Angela Merkel-Style. Ja, mein vollstes Vertrauen. Du weisst, jetzt ist fertig. Jetzt ist es fertig. Jetzt ist es nicht mehr gut. Gut, ich meine, immerhin haben sie den Tod noch genug früher dementiert. Stell dir mal vor, man hätte in den lebenden Klienten gesetzt. Das wäre schon eine komische Szene gewesen. Du bist von uns gegangen und gehst. Moment, ich bin noch da. Ich finde, klar, es wird jetzt logischerweise, und das wäre auch ein bisschen zu Recht, auf das BAG je gehauen. Aber vielleicht müsste man das Ganze auch einfach ein bisschen positiv drehen. Vielleicht müsste man mal sagen, hey, das BAG hat einen Toten ins Leben zurückgeholt. Ja. Oder das BAG veröffentlicht jetzt keine Zahlen mehr, sondern sie korrigieren jetzt nur noch. Genau. Safety first. Ja, aber stell dir mal vor, was für eine Diagnose beim Arzt. Nein, Frau Doktor, was habe ich? Ja, es tut uns leid, sie sind tot. Nein, mich würde wundern, er hat dann direkt betroffen, oder? Der hat dann irgendwann, hat dann das 20 Minuten aufgemacht, oder? Also irgendwie, du bist in die Seite und siehst, dass er tot ist, oder? Schon nachdem. Schon nachdem, ja, weisst du? Dann noch in 20 Minuten. Dann muss es stimmen, oder? Wenn es in 20 Minuten steht, dann muss es stimmen. Ja, er ist jetzt auch wie so der Einzige, der diese Frage beantworten kann, was kommt nach dem Tod, oder? Die Pressekonferenz vom BAG. Ganz viel besorgte Anliefe bei den Eltern. Ich persönlich finde ja so, die grösste Informationspanne vom BAG ist eigentlich der Rücktritt von Daniel Koch gewesen. Ich lisse so viele Interviews von ihm, ich glaube, der ist gar nie zurückgetreten. Kann man das auch mal zurücknehmen, die Meldung, dass der wegsehe? Ja, er sagt immer noch zu allem ein bisschen. Wir haben dann, also ohne dass jetzt nochmal den Dunstiegast viel bringen wollen, wir haben ja beim Dunstiegast vor zwei Wochen den Daniel Koch gehabt. Und der Daniel Koch hat also wirklich fast ungefragt in uns in den Kräuten verteilt, allen, die sie wollten. Ja, aber das machst du natürlich, wenn du jetzt Karriere machen in der Show bist. Das weisst du, dann klinken putzen, klinken putzen. Dann musst du dich überall, es ist leider so, anbitteren. Und dann kommst du irgendwann, du hast jetzt dann auch gleich wieder ein neues Programm, dann könntest du zum Beispiel dem Daniel Koch in der Halbzeit fünf Minuten geben. Als Newcomer, ja. Also, aber ihr habt beim Dunstiegsjahrs nicht mit deutschen oder französischen Karten gespielt, sondern mit den Karten vom Daniel Koch. Genau, er hat mit seinen Visitenkarten gespielt. Ja, Herzenstrumpf. Nein, er fühlt die Rolle schon sehr. Also, es ist auch auf der Visitenkarte, nebst E-Mail und Handynummer, ist vorne draufsteht die Anreist bei Bad Bar. Also, du merkst so, er findet es schon sehr cool. Ja, er ist ein bisschen... Aber du, er hat wenigstens noch so ein Kommunikationsflair, wo man ja muss sagen, man hat ihm ja gerne zugelassen. Nein, jetzt ernsthaft, man hat ihm ja gerne zugelassen. Er strahlt also wirklich die Ruhe aus, die es im Moment, glaube ich, gerade sehr gut könnte brauchen. Und ja, du willst halt auch nicht der Nachfolger von ihm sein, glaube ich. Das ist schon nicht so einfach. Ja gut, aber weisst du, vielleicht hat einfach das BAG jetzt nach 2000 Jahren wieder eine Unverstehung verkündet. Ja, ermöglicht, würde ich sogar sagen. Ja, ermöglicht. Die Frage ist doch jetzt, wie viele Falsch-Aussagen macht Donald Trump auf einer Skala von 1 bis BAG? Kommt auf 5CN oder Fox News. Je nachdem. Ich gebe neue Fuschtregler, wo wir uns wirklich alle dran halten müssen. Informationen vom BAG jetzt erst 48 Stunden warten, bevor man es glaubt. Das ist die neue Quarantänenzeit. Komm, die sollen doch einfach die Wetterschmöcker engagieren. Die nimmt mir eine ähnliche Trefferquote, oder? Und es macht noch Spass. Ein bisschen Falsch, sie muss es. Wobei, wir müssen aufpassen, gell? Jetzt machen wir uns lustig über den Typen, der zuerst gestorben ist, nachher wieder. Es ist durchaus möglich, dass Ende Woche das BAG kommt und sagt, er ist jetzt doch da. Wo sind wir mit dem Schlimmsten? Weisst du nie? Weisst du nie? Wir machen Good News. Nachdem es jetzt noch ein bisschen schwer wurde, ist am Schluss Good News für Sport- und Kulturfreunde und vor allem auch für die Familie Federer. Sie können wieder gemeinsam zu Nacht essen. Der Bundesrat macht den Weg frei für Grossanlässe. Die Tausenderregel, die käylt. Ab Oktober dürfen wieder mehr als Tausend Menschen Anläufe suchen. Moment, Moment, Moment. Wir reden hier vom BAG. Da hat sich auch einer beim Formular etwas falsch angekreuzt. Wahrscheinlich wollten sie sagen, die Einerregel kommt, nicht die Tausender. In Zürich gibt es ja die Sonderregel. Jetzt müssen tausend Leute an einen GC-Matsch gehen. Die GC wird so vorbei. Ja, ein bisschen lieber. Für mich als Fan sowieso. Die kommen wieder. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht haben wir es auch mal gedacht. Ja, ja. Also die Weiz nicht geht es. Ach so. Okay, gut. Schön. Danke vielmals, Harron. Eine Sekunde, dachte ich, es kommt ein bisschen von Bäumen mit mir. Aber nein, es ist ja okay. Unter keinen Umständen. Aber ich meine, der Entscheid kommt schon rechtzeitig. Es ist bald September und damit Zeit für das Oktoberfest, wo es ja Sinn macht, dass man die im September hat. Ich meine, das Oktoberfest auf dem Bauschanz in Zürich, das ist für uns Zürich also die einmalige Chance, das grösste Oktoberfest von Europa zu haben. Ja, und Zürcher liegt irritiert. Haben wir das nicht schon gehabt? Haben wir das nicht schon gehabt? Aber Oktoberfest ist schon ein bisschen 2009, nicht? Also ich meine, nein, ernsthaft? Jetzt Zeit lang. Mittlerweile ist es wirklich so, dass jede Garage im Herbst da irgendwie zwei Autos rausgeräumt und vier Festbanken rein geknallt und dann dort das Oktoberfest in der Karosserie Brühweiler macht. Und dann zwängt sich dann irgendwie der Hans-Peter in so eine dreckige Oktoberfest, wie sagt man, so eine Lederhose aus dem Jeepo für 39 Franken, schüttet sich vier Liter Bier in Grün, stiegt auf den Bauch und geht wieder heim und sagt, was ist das für ein tollen Abend gewesen? Ohne kulturellen Hintergrund. Ohne kulturellen? Ohne kulturellen Hintergrund. Nein, 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 nein. Was heißt da ohne kulturellen? Also hast du schon mal zum Beispiel Songtext von Mikri Krause angehört? Das ist Lyrik auf ganz höherem Niveau. Ja. Also wenn ein Finger in Po Mexiko keine Lyrik mehr ist, dann weiss ich es auch nicht mehr. Ja gut, das ist jetzt eine Ausnahme. Ich weiss noch, 2008, oder nicht 2007, 2007, bin ich am Oktoberfest gewesen, damals bin ich bei Radio 24, ein grossartiger Zürcher Radiosender, und bin drei Wochen da gewesen und dann hat es geheissen, wir brauchen noch ein paar Töne vom Anzapfen. Christa Rigozzi macht den Anstieg. Natürlich. Das war schon. Das ist 2000. Das war schon. Kannst du diese sammeln? Und dann bin ich dort raus, zusammen mit dem Sascha Wander, den vielleicht der eine oder andere auch kennt. Ah, grüße. Moderator bei NG Zürich, grüße, liebe grüße an Sascha Wander. Dann sind wir zusammen da raus und dann die Töne haben wir irgendwie zehn Minuten im Sack gehabt, haben dann schnell an der Festbänke gefragt, was trinkt ihr? Alle haben gesagt, Bier. Erstundlich war. Nur der Stefan Büsse hat ein Glas rot. Nein, richtig. Und dann sind wir dort eingeladen worden vom Veranstalter und haben dann halt etwas getrunken, etwas gegessen, noch etwas getrunken, noch etwas getrunken, noch etwas getrunken. Irgendwann ruft das Handy. Der Sender. Du, wo bleibst du mit diesen Tönen? Was für Tönen? Was für Tönen? Jetzt wollten die irgendwie Töne von mir um 11 Uhr. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe das einfach nicht gewusst. Ich habe es nicht vergessen. Du hast gedacht, es kommt dann zwei Tage später? Ich war in drei Wochen da. Ich habe doch nicht gewusst, dass die Töne sind dann für den nächsten Morgen. Die sind doch nicht für die Abend um 11 Uhr. Ja, drei Liter Bier haben aber beim Erinneren auch nicht gekauft. Nein! Und dann bin ich dann zurück in den Sender und habe dann die Töne schneiden und parat machen für den nächsten Morgen. Aber anstatt zwei Bildschirme habe ich irgendwie vier oder noch mehr Bildschirme gesehen auf dem Tisch. Es ist nicht gut ausgegangen. Dann bin ich zuerst einmal beim Musikchef unter den Tisch untergekrochen und habe dort die Physik gemacht. Gut geschlafen. Und dann irgendwann am Morgen am drei Uhr kommt der Morgenshow-Moderator rein, oder? Macht das Licht an und ich rufe unter den Tisch. Er macht das Licht! Er hat den Schock vor seinem Leben gehabt. Und dann bin ich vorne gekrochen, alle Töne sauber geschnitten, bis Tag und nach Hause. Schön. Ja. Und dann am nächsten Morgen war ich dann auf dem Weg an der Redaktionssitzung, die wäre um 10 Uhr gewesen. Und dann im Tram kurz vor dem Radio läutet das Telefon mit der Radio24-Nummer. Ich nehme ab. Ja? Ja? Michi, wo bist du? Sagt die Assistentin vom Programmleiter. Ich so, ja, ich bin gerade unterwegs. Ja, der Programmleiter sucht dich. Ja, wieso denn das? Wieso denn das? Ja, kannst du dir etwas vorstellen. Ja. Dann bin ich rein, gerade direkt, ich meine, ich bin drei Wochen in diesem Laden gewesen und gelogen. Dann bin ich in das Büro vom Programmleiter also abhocken. Dann wollte er gerade anfangen, fragen sich, so, Moment, da haben die ganze Geschichte erzählt. Und er hat gesagt, schau, ich habe dich eingestellt, weil du, weil ich das Gefühl habe, du bist ein geiles Ich. Und jetzt wissen wir, du bist ein geiles Ich. Nein, nicht ganz so. Ich habe mich eingestellt, wir müssen ein geiles Ich. Aber guck, das darfst du einfach nie mehr machen. Das darfst du nie mehr machen. Also, ja, das ist gut, machen wir es nie mehr. Und von dann an, ich weiss, ich glaube noch zwei, drei Mal gemacht, aber... Und dann hat er zu SRF müssen. Und dann hat er zu SRF müssen. Man arbeitet heute nicht mehr bei den Coolen, sondern ist jetzt vom SRF gelandet. So einfach ist das. Ich liebe Oktoberfest. Ich bin ja mal DJ gewesen. Ich würde das immer mal wieder droppen, so wie der Schweizer gerne erzählt, dass er eine Band hat. Ja, jetzt habe ich so ein Tausender anlässt, weil die kommen, jetzt dürfen wir da auch wieder spät. Ja, der DJ. Hast du einen DJ-Namen? DJ, ja. Nein, ja, Stefan Büsser. Ich vermarkte mich, weisst du, verstehst du? Alles hat ein Brand. Nein, ich habe wirklich mit 19 habe ich so nebenbei für uns 200 Franken am Abend acht Stunden aufgelegt. Ja, mit mir kommt nur noch 100. Es wird halt Qualität, wird halt zahlt. Und jetzt mache ich wirklich einmal im Jahr, das ist mein einziger DJ-Auftritt, den ich noch mache, ist am Oktoberfest in Zürich. Jawohl. Als ich bei Hanselmanns Wiesen einfach den DJ mache und gegen eine Bezahlung von einem Zendertisch, wo einfach meine Kollegen gratis trinken können, gehe ich dort spielen und ich finde es grossartig. Ich liebe das Oktoberfest, einfach wirklich einen Abend einfach nur dumm tun. Das soll einer sagen, er sei nicht kultiviert. Vor allem, dass du zehn Kollegen findest, oder bist du am Schluss einmal noch voraus und sprichst irgendwie Leute an, so ein paar Touristen, sorry, haben die nicht noch schnell zwei Stunden Zeit. Nein, was wollen sie von uns? Komm jetzt da rein. Hemi fängt das eigentlich nicht. Hockt jetzt da ab! Nein, aber es kann einem wirklich so den Ärmel reinnehmen. Wir sind einmal auf München gegangen, das war im Frühling und dort, wo die Wiese ist, sind wir herangefahren und haben einfach gefunden, wir gehen dort mal schauen, wie es dort so aussieht. Voilà, es war Frühlingsfest, das Band zum Oktoberfest. Einfach alles kleiner, es hat aber ein grosses Zelt dort. Wir haben gedacht, ja, also gehen wir mal rein, wir beide auch nicht Oktoberfest-Typen. Nach zehn Minuten sind wir etwa auf den Tisch gestanden und haben Humpa-Humpa geschraut und wir sind die Letzten, die es aus dem Zelt herausgeführt haben. Ja. Der ganze Text ist übrigens Humpa-Humpa-Täterä. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich habe an dieser Stelle noch einen kleinen Geheimtipp von Michael Schweizer. Oktoberfest München, vielleicht eher nicht. Wenn wir mal wirklich an ein grosses Fest, das aber nicht ganz so kommerziell ist, wie das Oktoberfest, wo es irgendwie nur Australier und Italiener haben, die unter den Tisch fallen, dann geht man nach Straubing an das Goibodenfest. Wenn wir mal googeln, Goibodenfest, Straubing, das. Kommst du dort mit dem Stand-Up-Puddle hin? Ja, wirklich. Das klingt so nach etwas über die unteren Zehnten. Nein, nein. Das ist einfach ein richtiges Volksfest. Das ist so ein Städtchen, vielleicht so gross wie Winterthur, vielleicht kleiner. Und dann ist die ganze Stadt in der Tracht unterwegs. Und dann ist die Kilby und Festzelt und alles. Das ist wirklich toll. Dann erlebst du es noch in der Rheinkultur, und nicht einfach den Kommerz abrisst am Oktoberfest in München. Es ist so. Das ist der Kulturredaktor Michael Schweizer. Wir kommen zum Sport. Es ist nicht recht. Wir kommen zum Sport. Da hat es ungewöhnliche Bilder gegeben im Testspiel zwischen den Rappers, wie Jonah Lakers und den ZSC Lions. Die Hockeyspieler haben nämlich im ersten Drittel testweise mal so einen Maskenschutz angekommen. Ja, nein. Schutzausrüstung im Eishockey. Wo kommen wir denn da hin? Weicheier. Als nächstes irgendwie Helm und Handschen. Wahrscheinlich. Was Sinn würde machen, wenn sie jetzt in der Maske eine Stahlplatte eingenehmt hätten, die einfach die Zähne ein bisschen schützt, oder? Ja. Das wäre sinnvoll. Aber müssen sie jetzt Bodychecks, müssen sie die jetzt vorher anmelden. Und dann darf man sich nicht mehr ins Gesicht schnaufen, wenn man sich zu nahe kommt. Wie sehen Sie das, nur im ersten Drittel angekommen? Also im ersten Drittel Maske, im zweiten Drittel nichts, im dritten Drittel Beatmungsgerät? Es geht schnell. Alle angesteckt. Das BAG kommuniziert dann übrigens am Schluss des Spiels noch ein Resultat. Plus, minus zwei Goal. Mehr oder weniger. Danke, BAG. Also ich glaube nicht, dass das kommt. Ich fände es auch ein bisschen weich, habe ich gesagt. Schön haben wir es getestet, aber das macht für mich jetzt wirklich, und ich bin ja wirklich der Erste, was ich für Schutz einsetze. Aber das macht nicht. Das ist, wenn du einfach nicht auf dem Eis unterwegs bist. Vielleicht liegt es an dem. Ja, nein. Aber das ist ja wie im Fussball. Sie dürfen sich nicht umarmen, nach einem Goal. Ja. Oder? Aber sie dürfen sich gegenseitig tacklen oder irgendwie schnell in den Nacken speuzen oder so. Entweder lässt du es zu und sagst Ja und dann aber mit allem. Oder du sagst Nein, es geht nicht, aber mit Maske spielen oder man darf sich nicht umarmen oder die Spieler sitzen mit Maske auf der Bank und nachher dann gehen sie auf aufs Spielfeld und dort berühren sie sich und das ist ein Witz. Geht um Verhältnismässigkeit am Schluss vom Tag. Ja, gehen alle auf Nummer sicher. Ihr müsst ein Schutzkonzept haben und dann bringt man auch eins. Wo dann niemand abnimmt. Das Wort Schutzkonzept ist das einem neuen Duden. Ich weiss es nicht, aber der Duden hat ja tatsächlich ein Update rausgegeben. Die passen sich da am Wandel von der Zeit an. Auch in dem Jahr, der 28. und somit die neueste Auflage, hat 3000 neue Wörter mit drin. Unter anderem Flugscham, Elektroscooter, Lifehack oder Influencer. 3000 neue Wörter. Ja, ja, die Alten noch nicht einmal können. Geht, Fertil, da kommst du nicht nahe bei dem Sack. Mich interessiert noch, ich heisse jetzt das Virus oder der Virus. Und heisst es infizieren oder infizieren? Ich glaube infizieren. Desinfizieren. 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 Gut, das BAG hat die Zahl schon wieder runtergekorrigiert. Es sind nicht 3000 neue Wörter. Aber es gibt doch schon so Wörter, die du auch beim tausendsten Mal schreibe, nicht weisst, ob ich es jetzt richtig geschrieben habe. Und ich immer muss googlen. Ich habe jetzt nicht gerade einen Duden zu Hause, aber ich muss es googlen. Parallel ist es etwas. Wo kommt das zweite verdammte Hurenäle? Ich weiss, das zweite Zell. Oder original oder original. Das weiss ich auch nie. Ja, oder Hund, Stefan Büsser. Also Büsser, gut. Original. Machst du dich jetzt gerade über meine Intelligenz? Wie schreibt man Intelligenz eigentlich? Weiss ich auch nicht. In Zeiten von Corona lasse ich mir sowieso von niemandem sagen, wie ich meine Wörter schreibe. Jawohl. Ich schreibe meine Wörter immer noch so, wie es mir passt. Sprachdiktatur! Das ist die Elite, die uns sagen, wie wir schreiben müssen. Voilà, voilà, voilà. Ich habe das in einem YouTube-Video gesehen. Das ist wirklich so. Tube. Tube. Gut. Tube. To be or not to be. Ist der 20er-Kite? Gut gut. Das ist im Moment gegangen. Das ist okay. Wir kommen jetzt schon zur Comedy-Entfährung. Ist es schon wieder so weit? Ja, ich schaue auf die Seite. Es ist tatsächlich schon wieder so weit. Rassig. Jack Whitehall. Zeigt euch das etwas? Bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Ist die Musikrichtung, Whitehall? Nein, das ist Dancehall. Ah, Dancehall. Fast gleich. Ich habe das neumodische Zeug. Ich habe den Göhle. Ja, du bist noch beim Göhle. Du bist etwa 20 Jahre zurück. Schön. Jack Whitehall kann man schauen, das neuste Programm I'm Only Joking gerade frisch auf Netflix rausgekommen. Und er hat dort erzählt, dass er doch auch beim einen oder anderen Auftritt schon mal gescheitert ist. In diesem Fall bei einem ganz, ganz besonderen. The most I've ever bombed on stage was when I was booked to do Prince Charles' Christmas party. It was exactly as weird as it sounds. The first thing that was weird about this gig is that I walked out, Charles and Camilla were sat in the front row in high-backed chairs. I was thinking, you are aware this is real life, not Game of Thrones. Also, don't sit in the front row. The front row as a comedian is the get-out-of-jail-free card. If the jokes aren't working, you talk to the front row. You ask them what they do for a living. I can't ask Prince Charles what he does for a living. He is the most famous unemployed man on the planet. What do you do for a living? Just sort of sit around, and wait for my parent to die? Now, as a comedian, you know when you have had a bad show. You do not need to be told it. You especially do not need to be bantered by the future King of England. I was introduced to Prince Charles. Do you know what the first thing was that he said to me? I think next year we'll try a magician. That's what I'm sure I'm sure I'm sure I'm sure that's great. Jack Whitehall on Netflix he's also a new movie together with his father Michael Whitehall and he brings in the totally unangenehm situation. He's on a trip and his father will never come to the zone and he brings him to an act model and so things. It's really übelous. he's on a trip he's on a trip and he's on a trip and he's on a trip Und das war wirklich hilarious, wie Stefan Büsser sagen würde, so lustig. Wie heisst das? Jack Whitehorn oder Michael Whitehorn. Okay. Von Ricky Gervais gibt es ein bisschen. Gibt es ein bisschen. Er hat das auch gemacht. In England, auch super. Schickt jetzt den Kollegen auf China und weiss ich wohin, es schiesst ihn einfach nur an. Es ist dreckig und es stinkt und er regt sich nur auf. Was ich übrigens als Comedy-Tipp in der Vorbesprechung nicht durchgebracht habe, ich weiss nicht wieso, ist der Phipps Asmussen. Ja, es tötert ein bisschen. Ja, in den 82 Jahren ist er worden und gestorben vor ein paar Tagen. Seine Witze sind schon vor ihm gegangen. Nein, das stimmt. Schon weit vor ihm. Also es ist jetzt wieder nicht gut. Der Phipps Asmussen, das ist so der Gusti Brösmeli von Deutschland. Eben. Was? Eben. Nein, nein, es ist super. Bis zum Schluss ist er unterwegs und er hat einfach nur dreckige, lustige, kurze, prägnante Witze erzählt. Völlig einfach aneinandergegreift. Einfach aneinandergegreift. Keine Storyline, nichts. Aber riesige Erfolge. In jede Show ist er immer reingelaufen, hat er die Leute in der ersten Reihe die Hand gegeben und irgendwann hat er gesagt, du weiche Hände, bist du arbeitslos? Und der Saal hat toben, das hat er irgendwie 50 Jahre lang gemacht. Für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist wie der Markus Krebs, einfach ohne Sonnenbrille. Richtig. Und mit viel Sexismus und politischer Inkorrektheit. Vipsasmussen, also wirklich, bei allen Scherzen, ein grosser gewesen. Wirklich ein grosser. Ja, das Vorbild von vielen, oder? Ja. Und wir haben aber im Schweizer, wenn er schon den Comedy-Tipp nicht hat dürfen, mit Vipsasmussen, wir haben gesagt, einen Minutenwitz ablesen, das können wir ja auch. Wir haben das die 29 vorgangigen Minuten auch gemacht. Du darfst aber wenigstens die Schlusspointe am Vipsasmussen wählen. Ja, Vipsasmussen pointe, wenn ihr jetzt nach Hause fahrt, dann sind vorsichtig, wenn ihr ein Rotlicht seht, haltet an, geht rein, macht euch einen schönen Abend. Das ist der SRF Satire-Talk. Kulten Männer. Oh Mann. Präsentiert von Stefan Büsser, Aaron Herz und Michael Schweitzer. Online Karin Thommen, Distribution, Hans-Jörg Bolliger, Ton- und Audio-Layout, Benjamin Pugonatos, Projektverantwortung, Susan Witzig. Der Vipsasmussen ist tot. Ja. Bist sicher? Frägen, Frägen, das B auch hier nochmal.